Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8.299 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Ich fühle mich im Büro auf Schritt und Tritt beobachtet. Ich bekomme Angst. Ich fühle mich im Büro auf Schritt und Tritt beobachtet. Ich bekomme Angst. Ich fühle mich im Büro auf Schritt und Tritt beobachtet. Ich bekomme Angst. Ausgelassen ist ein Adjektiv, das eine Person oder eine Situation beschreibt, die fröhlich und unbeschwert ist. Ausgelassen ist ein Adjektiv, das eine Person oder eine Situation beschreibt, die fröhlich und unbeschwert ist. Ausgelassen ist ein Adjektiv, das eine Person oder eine Situation beschreibt, die fröhlich und unbeschwert ist. Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Es treibt uns an, hart für unsere Träume zu arbeiten. Es treibt uns an, hart für unsere Träume zu arbeiten. Mein Kopf ist ganz heiß. Ich habe Fieber. Deshalb kann ich heute nicht arbeiten. Ich bin wertvoll und verdiene Erfolg und Glück. Ich bin wertvoll und verdiene Erfolg und Glück. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.